Hallo Leute, heute hier in Mathematik in 5 Minuten, kleines weihnachtliches Spezial. Und zwar Y ist gleich Logarithmus zur Basis E von X durch M minus SA geteilt durch R². Was ist das? Wie kann man umformeln? Zuerst beide Seiten mal R². Dann habe ich hier Y, R² ist gleich Log zur Basis E von X durch M minus S mal O. Nächster Schritt, Logarithmus zur Basis E auf beiden Seiten mit der E-Funktion multipliziert oder angewendet. Dann habe ich hier E hoch Y, R² ist gleich X durch M minus SA. So, jetzt beide Seiten mit M multipliziert. Dann habe ich hier MEY, R² ist gleich X minus SA, M. So, und jetzt ordnen wir die Buchstaben leicht anders an. Und zwar M. Also hier M, dann E, dann hier das R schreibe ich als 2R, Mary X, da schreiben wir hier M als S. Und dann haben wir hier stehen, Merry Christmas. Ja, frohe Weihnachten euch alle und hoffe auf ein schönes, erfolgreiches neues Jahr 2022. Tschüss und auf Wiederschauen.